Was haben Jurassic Park 3 und Jurassic World Dominion gemeinsam? Abseits gesehen von der Kontroversität, weil das sind wahrscheinlich beides die kontroversesten Filme ihrer eigenen Trilogie. Ich verrate euch in diesem Video und Achtung kleiner Spoiler, Jurassic World Dominion und Jurassic Park 3 gehören stärker zusammen, als ihr euch das wirklich vorstellen könnt. Deswegen bleibt auf jeden Fall bis zum Ende des Videos dran, damit ihr auch keine Info verpasst. Und in diesem Sinne wünsche ich euch ganz viel Spaß mit dem Video. Und ich weiß, ich weiß, ich lese in den Kommentaren immer wieder, Tobi du holst viel zu weit aus, bis du mal auf den Punkt kommst. Und ja, das wird auch jetzt hier wieder passieren, aber in diesem Video muss ich weiter ausholen. Ansonsten versteht man eventuell nicht, warum diese Information, die ihr jetzt gleich gedroppt bekommt, so bedeutend ist. Jurassic Park 3 und Jurassic World Dominion gehören sehr eng zusammen. Warum? Da bekommt ihr auf jeden Fall eine Antwort am Ende des Videos. Davor machen wir aber noch einen ganz kleinen Timeskip. Wir springen nochmal ganz kurz zurück zur Veröffentlichung des allerersten Bildmaterials von Jurassic World Dominion. Das allererste Bild, was wir nämlich damals bekommen haben, war das hier gewesen. Ein Bild von so einem metallik-silbernen Blechcontainer, auf dem ganz groß das Logo von Ingen zu sehen ist. Und unten drunter sehen wir dann eben den Schriftzug Side B, Isla Sorna. Der Aufschrei damals im Netz war riesengroß gewesen. Auch ich habe mir damals gedacht, geil, es geht zurück zu Isla Sorna. Und es hat auch irgendwie Sinn gemacht, weil was aus dieser Insel geworden ist, haben wir ja nie wirklich erfahren. Viele Leute haben sich auch damals gefragt, als gerade Jurassic World Fallen Kingdom in den Kinos gelaufen ist, Warum plant die Regierung jetzt die Dinosaurier von der Insel aufs Festland zu bringen und nicht irgendwie auf die Isla Sorna? Weil die ist ja wohl irgendwie noch da. Dann haben wir das Bild hier bekommen und uns war klar gewesen, ja, Isla Sorna wird in Jurassic World Dominion wieder eine Rolle spielen. Das zweite Bild, was wir kurz darauf erhalten haben, das war dieses Bild hier und das hat quasi noch unsere Theorie unterstrichen. Ja, komm, wir bekommen hier erst einen Container geleakt mit der Aufschrift Isla Sorna Side B und danach bekommen wir dieses Bild hier von Kayla und Owen, wie sie in irgendeinen Wald reinlaufen. Das muss doch die Isla Sorna sein. Heute wissen wir es ein bisschen besser, denn das, was wir hier sehen, ist nicht die Isla Sorna, sondern das ist einfach nur das Biosyn Valley Gelände. Das Bild spielt in der Szenerie, also kurz nachdem Kayla und Owen eben abgestürzt sind und Claire mit dem Fallschirm sich retten konnte. Ha, falsch gedacht, Isla Sorna hat hier keine Rolle gespielt. Und das stimmt eben einfach nicht. Die meisten von euch werden das auch mitbekommen haben, das ist jetzt nicht der große Reveal, dass wir Isla Sorna im Film gesehen haben. Wir sehen ja ungefähr zur Mitte des Films, wie Dr. Henry Wu mit Maisie spricht und dann sehen die beiden eine Videoaufnahme von Charlotte Lockwood, also der Mutter von Maisie und dann wird das ganze Klon, die ganze Klon-Geschichte so ein bisschen aufgelöst und da erfahren wir eben auch, dass Charlotte auf Anlage B gearbeitet hat. Das heißt, ja, hier in dieser Videoaufnahme sehen wir Charlotte Lockwood auf der Isla Sorna. Auch Jurassic Park 3 spielt hier auf der Isla Sorna. Und nein, das ist nicht die große Connection, das ist aber der Einstieg da rein, woraufhin ich hinaus will. Denn ich bin auf eine Fan-Theorie gestoßen, die noch nicht offiziell bestätigt wurde, aber ich bin der Meinung, ja, das würde so sehr viel Sinn ergeben. Dank Universal haben wir nämlich noch ein bisschen mehr Einblick hinter die Kulissen von Jurassic World Dominion bekommen und da wurde uns unter anderem dieses Bild hier geleakt. Was wir hier sehen, ist ganz einfach der Raum, in dem sich Charlotte Lockwood auch während der Aufnahme im Film befindet. In Jurassic World Dominion sehen wir die Aufnahme immer nur von vorne und können den Raum nur so ein bisschen wahrnehmen. Hier sehen wir eben, wie der Raum komplett ausgesehen hat. Auf der linken Seite bei diesem Bild sehen wir hier einen uns gar nicht so unbekannten Ausbrütbehälter. Das ist nicht der richtige Name. Das hier ist der Behälter, in dem die Eier ausgebrütet werden. Vielleicht macht es jetzt bei dem einen oder anderen schon einen Klick, worauf diese Fan-Theorie hinauslaufen soll. Denn exakt dieselbe Ausbrütungsstation, Ausbrütstation, die Station, wo man Dinosaurier-Eier ausbrütet, sehen wir nämlich auch in Jurassic Park 3, als unsere Gruppe sich der Anlage B in ein Gebäude flüchtet, vor den Velociraptoren, beziehungsweise da, wo sie dann auf die Velociraptoren später treffen. Sie flüchten nicht vor ihnen, sie treffen sie da erst. Aber das wäre an sich jetzt auch wieder einfach nur eine plumpe Fan-Theorie, die einfach irgendwie hingerotzt ist nach dem Motto, ja, da sieht halt irgendwas aus wie da. Und deswegen muss das auf jeden Fall miteinander connected sein. Aber auch hier geht die Theorie nochmal weiter. Zoomen wir zum einen ganz ans Ende von dem Raum, sehen wir unseren Kanister, den wir als allererstes Bild gepostet bekommen haben. Ja, das war einfach nur ein Accessoire gewesen aus dem Raum, in dem Toilet Lockwood sich befunden hat. Über dem Kanister drüber sehen wir allerdings Fenster. Diese Fenster sind identisch mit den Fenstern aus dem Gebäude aus Jurassic Park 3. Schauen wir nochmal genauer hin, sehen wir hier auch diese riesigen Reagenzgläser, in denen sich die Dinosaurier befinden. Wo dann auch später dieser seltsame Täuschungsversuch des Velociraptors, der eigentlich auch funktioniert hat. Ja, Jurassic Park 3, man muss da echt beide Augen zudrücken. Ich liebe den Film auf jeden Fall. Die Theorie behauptet also, dass die Szene, die wir in Jurassic Park 3 sehen, im Raum gegenüber ist. Also quasi im selben Gebäude, in dem auch Toilet Lockwood sitzt. Was ja schon irgendwie Sinn macht, um so eine Konnektivität zu bilden in der gesamten Reihe. Und der Raum gegenüber ist der Raum, in dem unsere Helden in Jurassic Park 3 entlangschleichen und auf die Velociraptoren treffen. Warum ich euch diese Theorie jetzt hier vorgestellt habe? Naja, ihr wisst ja, wir sprechen gerade auch auf Twitch und in den ganzen Livestreams immer wieder über das sogenannte Jurassic Universe. Wir wissen, ein Jurassic Franchise wird entstehen. Ich denke, es wird ein Jurassic Universe werden. Auch das Interesse an einem John Hammond Film wurde schon kundgegeben. Und deswegen glaube ich, dass da noch kleine Einzelabenteuer entstehen könnten, die eventuell vor Jurassic Park spielen oder eben während den einzelnen Abenteuern aus den Hauptfilmen. Ich würde mich zum Beispiel darüber freuen, wenn wir einen Film bekommen würden, in dem wir die Vorgeschichte oder quasi den Aufbau und den Fall von Anlage B genauer inspizieren würden. Vielleicht sogar so eine Miniserie von ungefähr sechs Folgen, in dem wir eben sehen, wie Charlotte Lockwood auf Anlage B arbeitet. Und dann bekommen wir vielleicht sogar eine Bestätigung, okay, das ist derselbe Raum wie der aus Jurassic Park 3. Ihr hört mich immer wieder jammern, dass ich keine Universum mache. Dieses Ganze alles muss connected sein, Zeug. Das ist manchmal so aufgezwungen. Ich finde, in diesem Fall würde es irgendwie Sinn machen, weil wir von Anlage B bisher eigentlich nur die Ruinen kennen. Wir kennen Anlage B nicht, wie es noch ausgesehen hat, als noch alles funktioniert hat. Deswegen würde da eine Serie Sinn machen. Deswegen wollte ich euch hiermit diese Fantheorie einmal vorstellen. Jetzt bin ich wie immer gespannt, was eure Meinung dazu ist. Seht ihr das genauso wie ich und ihr sagt, ja, das kann definitiv sein. Es scheint wirklich hier eine Connection zu geben zwischen Jurassic Park 3 und Jurassic World Dominion. Ich finde die Fantheorie sehr plausibel und deswegen bin ich der Meinung, ja, das ist dasselbe Gebäude und derselbe Raum wie der in dem Dr. Alan Grant und die liebe Familie Kirby nach Eric suchen und dann eben auf die Velociraptoren treffen. Wie immer ist jetzt deine Meinung gefragt. Schreib mir alle deine Gedanken dazu in die Kommentare unten rein. Ich freue mich auf unsere Diskussion und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Bis dann. Ciao.